Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Und bei den ganz neuen Sachen, die jetzt im Mai mit dem Erzählbogen Gorn-Invasion Teil 2 gekommen sind, müssen wir uns auch einmal noch ganz kurz über die neue Prime-Forschung und die Erweiterung von Prime-Forschung unterhalten. Aber das Video nutze ich tatsächlich auch noch einmal, um etwas Generelles über die Prime-Forschung zu besprechen. Bevor ich da aber einsteige, noch einmal der kleine Hinweis. Kurz nach Veröffentlichung meiner Videos findest du auch immer einen angepinnten Kommentar unter den Videos. Da gibt es dann Infos zum Abonnieren meines Kanals, zum Kommentieren, wie du meine Arbeit unterstützen kannst, aber eben auch, wie man Zutritt zu meinem Discord-Server bekommt, den ich für den Kanal angelegt habe, wo es auch eine Datensammlung und sowas gibt. Also schau einfach mal rein. In der Ankündigung hatte ich ja schon einmal kurz erwähnt, dass es zwei neue Prime-Forschungen geben wird, nämlich einmal die Prime-Kriegszeiten-Moral, wo, wenn du Moral hast, 20% Bonus auf deinen isolytischen Schaden bekommst. Und diese Prime-Temporalen Disruptoren, wo du bei deinem täglichen Abruf sozusagen in der Xbox-Fraktion 300% mehr bekommst, was ich sehr nett finde. Ich hoffe, dass man das auf Dauer auch dann ingame bekommt, weil noch mehr Geld investieren diesen Monat wäre ein bisschen heftig für mich, aber weil diese Prime-Forschung finde ich schon sehr nett. Aber die neuen gibt es normalerweise erstmal nur in den Shops zu kaufen. Im Moment sehe ich sie da noch nicht, aber die mit den temporalen Disruptoren, die finde ich schon extrem interessant. Zusätzlich hatte ich in der Übersicht schon mal erwähnt, dass es Erweiterungen gibt. Einmal für die Prime-Forschungseffizienz, da gibt es noch zwei Erweiterungen, die das nochmal steigern. Und bei den FKR-Tributen gibt es auch noch zwei neue Level, nämlich sechs und sieben, wo man mehr Reputation bekommt und dann jeden Tag 1000 oder 2000 Fraktionscredits gratis bekommt, plus 12,5 oder 50 Millionen Reputation, wenn man auf den Levels ist. Das ist natürlich schon nett, aber es sammelt sich natürlich alles. Und wenn wir dann nochmal in die Forschung schauen, die anderen beiden, die ganz neuen, habe ich noch nicht gefunden. Ich bin alle durchgegangen, aber möglicherweise kommen die erst oder werden die erst eingebaut, wenn die auch im Shop sind. Ich habe sie jetzt noch nicht gefunden, aber möglicherweise bin ich auch nur blind. Wenn du sie schon gesehen hast, lass es mich wissen. Aber ich möchte auch nochmal kurz auf die Upgrades der Prime-Tribute eingehen. Die sind ganz nett. Ich habe einen davon, weil ich die Materialien mal bekommen habe, aber die drei laufen mit 6-Sterne-Materialien. Also ungewöhnliches Erz, Gas und Kristall. Die bringen natürlich einen netten Bonus auf den Ruf, den man bekommt. Und man kann auch bei den Fraktionen täglich dann noch sich einen Wandel holen, gratis jeden Tag. Aber die Frage ist, braucht man es sofort? Und da entscheidet halt jeder selbst. Es gibt Leute, die können sich leisten, viel einzukaufen in dem Spiel. Es gibt andere, die können es sich nicht leisten und andere, die wollen es nicht. Die lassen es zwar außen vor. Das ist halt ein Geschäft hier. Wir können dieses Spiel spielen, weil andere damit Geld verdienen wollen. Und es können auch Leute komplett gratis das Spiel spielen, weil andere Geld ausgeben. Aber da entscheidet sich dann eben die persönliche Brieftasche, was geht und was nicht. Wenn, wie gesagt, du weißt, dass ich hier auch nicht große Einkäufe machen kann. Und deshalb muss ich auch viel mit Geduld arbeiten. Und das kannst du auch. Ich wollte das nur nochmal angesprochen haben, das ganze Thema, weil ich auch in den Kommentaren schon sehr, sehr wütende Kommentare zum Teil sehe. Natürlich hat Scoply in letzter Zeit ein bisschen übertrieben mit viel neuem Zeug, was man bezahlen muss und so weiter. Bei vielen Sachen braucht man aber einfach Geduld. Für den Gorn-Ausweider, den ich ja kaufen musste, um die Videos für dich zu machen und für meine anderen Zuschauer, da hatte ich gar keine andere Wahl, außer ich will warten, Ewigkeiten. Und andere, die es gekauft haben, müssen selbst rausfinden, wie es funktioniert. Sowas kaufe ich dann. Da schlucke ich dann die Pille, kauf das Zeug, um es in den Videos zeigen zu können. Andere Sachen kann man aber mit viel Geduld machen. Und da ich denn sowas wie den Ausweider für die Videos kaufe, kaufe ich sowas wie diese Tribute halt dann nicht. Da muss ich halt warten, bis ich Level 61 plus bin, dann kriege ich diese Materialien und dann kann ich diese Prime-Forschung upgraden. Das ist ja bei anderen ganz genauso. So, diese hier zum Beispiel kann ich halt über die Fraktionsshops jetzt schon bekommen. Ich muss halt Geduld haben, bis ich diese Prime-Dolamid-Partikel dann zusammen habe, um es zu bekommen. Und wie gesagt, die Tributgeschichten, da muss ich halt die Geduld haben, wenn ich in die 61 plus Levels komme, dann bekomme ich diese 6-Sterne-Ressourcen und dann kann ich sie mir später besorgen. Und das gilt für viele andere Sachen auch. Ich habe jetzt viele Prime-Forschungen, die, das Syndikat jetzt nicht, das war etwas Spezielles, aber viele andere Prime-Forschungen, die einfach erst 3 Sterne, dann 4 Sterne und jetzt 5 Sterne Material gebraucht haben. Mit der Zeit kommt man dahin. Es gibt also viele Prime-Forschungen, da musst du einfach die Geduld haben. Und das ist in diesem Spiel halt so. Entweder eine gute Kreditkarte oder Geduld. Aber das meiste bekommt man am Ende. Und deswegen, hab Geduld. Es ist nicht, wenn andere sich das leisten können, gönnst denen. Da sind auch viele Nette dabei. Es gibt den einen oder anderen Ausfall, aber es sind auch viele Nette bei den sogenannten Wahlen dabei, mit denen man sehr gut auskommt. Und jedem das Seine. Und deswegen, man muss auch gönnen können, wenn die sich das leisten können, gönnst denen. Und alle anderen können das Spiel mit Geduld spielen. Wenn ich es mir leisten könnte, nur als kleiner Hinweis, andauernd alles zu kaufen und wie wild einzukaufen, um abzugraden, 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 hätte ich wahrscheinlich gar keine Lust mehr an dem Spiel. Also wenn ich einfach nur jetzt Vollgas investieren würde und innerhalb von Wochen auf Level 70 bin sozusagen, ja, was mache ich denn dann? Dann ist ja durch. Also, mache ich das Schritt für Schritt in meiner Geschwindigkeit. Irgendwann bin ich dann mal an diesem Punkt und kann aber unterwegs jede Obststufe sozusagen genießen, wo es neue Sachen gibt. Dann die neuen Sachen wieder einbringen und so weiter. Und irgendwann komme ich auch noch auf die jetzt letzten Level, die Level 61 bis 70 sind, der ist eingeführt worden. Und das Ganze aber in meiner Geschwindigkeit. Wenn ich mir alles einfach nur geshoppt hätte und da jetzt auf 70 wäre, würde es mir gar keinen Spaß machen. Es macht auch richtig Spaß, wenn es gewisse Sachen gibt, die man sich wirklich hier hart verdient hat. Und dann hat man auch ein Erfolgserlebnis. Das finde ich spannender. Und das gilt dann eben auch für die Prime-Forschung an sich. Wenn du zu dem, natürlich zu den Neuen gerne was sagen möchtest, aber auch zu dieser generellen Prime-Forschungsgeschichte und der Frage Geduld und so weiter etwas sagen möchtest, schreib es bitte in die Kommentare, weil das eine Diskussion ist, die tatsächlich öfter aufkommt und wo ich wirklich finde, dass man da manchmal auch ein bisschen entspannter rangehen kann, weil kommt Zeit, kommt Prime-Forschung. Wie ich es oft genug gesagt habe, das Spiel ist ein Marathon und kein Sprint, außer mit einer, was weiß ich, Platin-Kreditkarte. Dann ist es ein Sprint, aber ansonsten ist es ein Marathon. Und gönn dir die Zeit. Aber auch wenn du allgemeine Fragen hast oder Video-Wünsche, dann schreib es bitte in die Kommentare. Du weißt, ich lese die regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.